Wie gesagt, Vorten sucht seine Form, das wisst ihr. Wenn er heute die Tagesform hat, dann brennt er Feuerwerk am Vorten, keine Frage. Aber ich glaube nur noch nicht so ganz lang. Vorten, Vorten, noch mal in der Welt. Jetzt bekommt sogar Lerdmacher zunächst mal seinen eigenen Walk-On. Den gab es ja in der Vorrunde noch nicht, da ist man gemeinsam auf die Bühne marschiert. Vorten, noch mal in der Welt. Vorten, noch mal in der Welt.